Arthrographie 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 Röntgenkontrastdarstellung einer Gelenkhöhle Röntgenkontrastdarstellung einer Gelenkhöhle Atroskop Spezielles Instrument zur visuellen Beurteilung einer Gelenkhöhle Spezielles Instrument zur visuellen Beurteilung einer Gelenkhöhle Mazar al-Mafsal Arthroskopie 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 Gelenkspiegelung 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 Danwil Mafsal Arthrozentese 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 Gelenkpunktion Gelenkspiegelung 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 Diskographie Röntgenkontrastdarstellung der Bandscheibe Elektromyogramm Elektromyogramm Aufgezeichnete Kurve, die Muskelaktionsströme wiedergibt Elektromyographie Elektromyographie Aufzeichnung der Muskelaktionsströme mit Hilfe von Nadel Elektroden Elektromyographie 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 Gelenkschmerzen Ursa synovialis Ursa synovialis Schleimbeutel 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 Musculus Muskel 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 Osteosarcom Osteosarcom Bösartiger Tumor aus Knochengewebe Bösartiger Tumor aus Knochengewebe Periost 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 Knochenhaut 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 Assemhaq al-Azumi Skelett Skelett Knochengerüst 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 Alhaika al-Azumi Synovia Synovia Viskose Flüssigkeit in Gelenken Tendu Zene 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 Zene